Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch ein bisschen jetzt am Zeitvertrödeln, damit wir die eine da aus der Hauptquest mal kriegen können, finden können. So, wir müssen jetzt glaube ich runter, oder? Ne, hier unten waren wir noch gar nicht. Gut, gehen wir trotzdem noch mal runter. Mal schauen, was wir hier so finden können. Wir müssen insgesamt 38 Tage vertrönen, glaube ich. So, Spinner haben wir erledigt. Über mir sind noch welche. Gut, dass wir die entdeckt haben. So, und dann müssen wir hier wahrscheinlich jetzt springen. Nein, oder klettern. Ja, klettern geht auf. Nein. So, nehmen wir mit. Und noch mal klettern. So, dann müssten hier noch welche sein. Mal wieder diese coole Natur. So, Tod mit der Künne. Hier müsste genau so. Wie heißen die Dinger? Harpje. So, ja. Können wir hier auch noch einmal aufmachen. Eine Nachtklinge. Brauchst noch Poison. Nehmen wir mit. Können wir vielleicht sogar schon nutzen. Use. Wenn wir gleich vergiftet werden sollten. Ah. So, Spinne. Erledigt. Immerhin. Wie viele Spinnen hier es aber auch gibt. Und hier nochmal rein. So, mitnehmen. Ich gebe es uns nichts. Okay, Poison können wir nicht mehr. Über mir ist ein riesiges irgendwo oder so. Wo haben wir aber das Drassenei. Oder den Drassen oder was auch immer. So, wo geht es hier lang? Ah, genau. Hier war das bei der Nympfe. Da haben wir die Nympfe. So, wir gehen erst hier rein. So. Das Ding lassen wir mal. Weil das ein Portal hilft oder sein könnte. Zumindest einfach nur wie einer aussieht. Warte mal. Okay. Okay. Jetzt sind wir hier. Hier eine Harpje. Und die halt. Ach nee. Ocean Recype. Die brauchen wir wieder nicht. Und jetzt müssen wir noch einmal komplett zurück. Wo war denn das? Hier war das. So, den kompletten Weg noch einmal zurückladen. Ich glaube, hier war das. Ja. Oder? Da. So. Hier einmal alles. Das weg. Das weg. Das weg. Ingredients. Alles raus. So. Magic Items haben wir nicht. Aber hier haben wir sehr viel. Wir haben wieder seit 2.500. 2.500. 2.500. 0.0. Vielleicht resten wir noch einmal kurz. Und da hinten dürfte auch auch eigentlich nicht viel sein. Oh nein. Schnell, äh, Free Action. Und dass der mich sofort gepäuselt hat. Hier dürfte aber auch nicht viel sein. Oder vielleicht doch. Hier scheint doch ein bisschen mehr zu sein. Aber auch ein bisschen. Bisher. Okay. Der Mainweg ist bisher da hinten nur. Ja, dann heißt es wieder den ganzen Weg zurück. der Mainweg ist bisher da hinten nur. Ja, dann ist es wieder die Tür. Ne, nicht hier, sondern da. Wo war die Tür? Da. Die Tür. Und dann fehlt uns hier nochmal nach oben. Bei der Nümpfe. Hatten wir hier? Ja, hatten wir noch nicht den Weg. Ach nee, warte, da hinten. Hat er noch was gefehlt? Ah. Ja. Ja. Genau, hier konnten wir ja noch nicht alles mitnehmen. Das sind mir zu viele Spinnen. So, verrate mich, wo das Drachen-Ei ist. Komm. Du bist jetzt nicht der Drachen, oder? Achso. Hi. Das war jetzt gut. Potion of Stamina. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir können hier jetzt einmal drüber springen und wieder den Weg zurücknehmen. Ah, und das wird uns da runterbringen. Ich höre da auf jeden Fall irgendwas. So, die HP haben wir auch erledigt. So, wo fehlt uns noch was? Da hinten fehlt uns noch. Der Weg. Und hier fehlt uns noch was. Bei der Nymphfläche hoch. Gehen wir nochmal nach. So. Hier hört sich so an, als wer er ist. So, komm. Geht raus. Geht raus. Geht raus. Ach nee, wir müssen hier nochmal hin. Äh. Das hört sich... Wir machen hier ein Zelt-Game. Der Dragonling ist der Daryl-Talk über das in The Night of the Dragon vor Jahren. Das ist der Dragonling gewesen. Wir müssen trotzdem noch einmal zurück. Wo ging's nochmal zurück? Das muss der Weg sein. Nein. So, der HP ist gestorben. So, hier nochmal alles runter. Nee, falsch. Nicht alles runter. Hier müsste doch der Weg sein. Oder? Nein. Sondern hier. Okay. Den Drachen haben wir auf jeden Fall gekillt. So, einmal alles wieder removen. So. Was haben wir noch? Ich brauche noch Stamina. Ich brauche noch Stamina. Und ein paar Ingredients. So. Dann... Eben noch einmal ganz schnell wieder hoch. Weil da ein paar Sachen fehlen. Wir wollen ja nämlich alles mitnehmen. wieder zu viel Geld ausverdienen gleich. Komm. Warte mal, ist das eine HP? Ne, das ist doch eine HP. Okay. Okay. Mehr gibt's hier aber auch nicht. So. Gargoyle. Hier haben wir nichts. Hier ist nichts. Hier ist niemand. So. Gargoyle. 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 1010 wieder. ��. Welcher? Gold finden wir hier ohnehende? Da stelle ich mich jetzt aber auf die Frage. Was soll ich mit so viel Gold? Ich kriege hier schon mittlerweile mehr Gold, als ich ausgeben kann. Ah, und hier ist... eine geheime Tür. Wo geht es denn wohl da lang? Auch im Bereich, wo wir schon mal waren, glaube ich. Aber wo hatten wir noch mal den Drachen gefunden? War das hier? Ja, hier hatten wir den Drachen. Dessen Blut konnten wir noch. Der hat nichts. Okay, dann sind wir hier durch. Dann eben schnell noch einen Ausgang finden. Was hier? Oder komm, wir riskieren es mal. Oder auch nicht. Ja, dann können wir gehen. Wir sind hier durch. Äh, da. Ja. Und zurück nach... Wohin nach? Mit Barry. Genau. Ja, bitte stein reisen. So, welchen Tag haben wir jetzt? 26. 20. Wie viel tun? Okay. Einmal kurz. Unschuldige töten. Da sind ein paar Unschuldige. Und hier. Und hier. Und hier. Das muss reichen. So. Und... Dann brauchen wir den und den wieder. So. Einmal kurz wieder alles verkaufen. Quest abgeben. Und dann schauen wir mal, ob die gute Dame jetzt da ist. Für die wir diese Quest hier gemacht haben. Und hier. Wo war denn der Verkaufsbestatten? Wo war denn der Verkaufsbestatten? Wo war denn der Verkaufsbestatten? In Norden. Da haben wir den Kreis. Einmal kurz noch mal resten oder läutern für drei Stunden. So. Ich hab hier was für dich, guter Mann. Okay, immerhin. Noch einmal so. Und noch einmal so. Am besten wirklich nicht alles auf einmal verkaufen. Okay, für ihn haben wir nichts mehr. Und den guten Staff hat er auch nicht. Warte mal, wir könnten noch bei ihm unsere Sachen hier mal reparieren. Repair Item. Schauen wir mal, was muss alles repariert werden. So. Repair. Ja, kommt. So. Einmal alles repariert. So, was hat der so im Sortiment? Derdrich Boerhammer. Älter. Sieht aber geil aus in dem Rot. Aber ich hätte gern was anderes in Derdrich. So, was kann ich ihm verkaufen? André. Nichts. Was ist das für ein Laden? Bücher. Schmuck. Hier nochmal Waffen. Ich hoffe, der hat ein Schild oder irgendwas anderes. Der hat Ebene ist schwarz. Nee. Ich wundere mich, warum die nicht den Katana haben aus dem Schild. Ich hätte das gern zumindest schon mal. So, jetzt noch ein Kräuterladen. Hm. Wo hat mit dem Kräuterladen dahinter? Das war doch ein Kräuterladen, oder? Nein, das war ein Bücherladen. Komm mal rein. So. Nee. General Store, aber wir gucken trotzdem nochmal rein. Nope. Wie schwer kann das sein, an Derdrich der Rüstung zu kommen? Die sind einfach noch nicht so weit, das merke ich schon. Da bringt Equipment Store, ne. Da, nordöstlich. Da haben wir einen Kräuterladen. So und so. Also, ich bin schon dann vorbei. Da ist der Gewürzschop. So, dann ist alles weg. Und dann ist alles weg. Jo, Kräuter sind sehr viele auf jeden Fall. So, was habe ich noch? Ach so. So, das kann er bitte hier haben. Okay, dafür brauchen wir einen Prawnshop. Aber Prawnshop, glaube ich, hat er jetzt nicht. Egal, wir gehen wieder zu Knights of the Dragon und dann gehen wir noch mal kurz in den Palast rein. Und schauen uns da das mal an. Ob die gute Dame jetzt da ist. So, der Eingang müsste auf der Seite gewesen sein, ne. Ja, hier. Wie spät haben wir es? So, egal. Wir läutern nochmal für eine Stunde. Dann gehen wir rein. Okay. So. 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 So, Palast haben wir jetzt auf dem Map auf jeden Fall. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob die gute Dame jetzt irgendwie mal da ist. Auf die Bücher warten. Ring. I am a personal friend of King King Godfrey and do not covered with your sword. Ring indeed. Ich habe es verklappt. So. Listen, I have a life. I recommended you go out and get one too. Goodbye, Max. Appala. Die ist also wahrscheinlich die falsche Person hier. Den ich jetzt einen Ring gezeigt habe. So. I am a personal friend of King King Godfrey and do not covered with your sword. Ring indeed. Hm. So. 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 Das muss ich machen. Also den muss ich jetzt finden hier. Wo geht es nochmal runter? Hier. So. Wann sollte die da sein? Das war jetzt am 15. Ähm. The Frost of Murder in Ashing. He told me that Grenain Greenfort would be in Midbury at Palace in 38 days time. 15. Hatten wir das jetzt gehabt? Frostfall? Ja. Das heißt also wir müssten eigentlich bis zum nächsten Monat sogar warten. So. Wir sind im 26. Frostfall. So. Was machen wir dann in der Zeit? Komm wir fragen die hier mal. Weil ich das gerade gelesen habe. Die Blades? Hi there. The Blades from around here? There is no reason to talk down to me like that. I can't help you anyway. Okay. Dann nicht. Ich würde aber gern mal ein bisschen mehr was über die Blades erfahren, die klingen. Weil die sind schon eine wichtige... Oh yes. You shouldn't be asking about the Blades so openly. Everyone knows that they are made up of the best fighters in Tamil. But no one knows the purpose for their existence. That makes them dangerous. Boah. Das war wieder Elfiger Ruckler. So. The Blades? I hate you, Max. I help you if you could. So. Ich bin mehr... It's a good story it is. They are a knightly order alright, but unlike any other order, which defines itself by its allegiance. The Blades must us unknown. They are completely enigmatic group. Can we find them here? So. Damn the dragon. Such a simple question. Me not knowing. I beg your forgiveness sir. Ich würde gerne mehr über die wissen. I wish a Numix. Could be anywhere. Ich will find out. Ich will find out. Vielleicht nicht nur die andere. Die dritte. Du kannst uns mal die andere Gilde hier an. Was das für eine Gilde ist. Das hier ist ja unsere. Genau die Knights of the Dragon. Wir sind ja Mitglied von denen. was ist mit denen hier, das ist die Magier-Gilde, aber wir gehen trotzdem mal rein da wollte ich jetzt nicht raus, ich wollte so, make spells, ok, ich kann keine Zauber selber herstellen Training, ich kann hier auch nicht einfach so beitreten, 2 Spells, was ist das, Waterwalking, Cure Poison, Heal Health, Vanished Dead Red, Dispel Batra, Chrom Humanite, Chameleon Normal, Charisma, Charm Mortal, Cure Disease, Cure Poison, Energy Leash, Far Silence, Peter von Torgos, Fortify Attribute Speed, Henrik Sturgeon, Lock, den kaufen wir mal, Force Bolt, Fortitude Reaction, Frostbite, Gods Fire, Damage Health, Damage Health, Damage Health, Paralyze, oh, Fortify Attribute Endurance, Free Action, Damage Health, Damage Health, Disintegrate, End of Fleet, Continuous Damage Health, Damage, Fatigue, Heal Health, Holy Word, Dispel, Undead, Ice Bolt, Damage Health, Damage Health, Invisibility Normal, Unreal, Fortify Attribute, Willpower, Jack of Trace, Fortify Attribute, Luck, Jumping, können wir hören, hier Levitate, würde ich auch gerne, Light, Lightning, Damage Health, Level, Mage Light Inferno, Magick Leash, Continuous Damage, Spellpoint, Reduce Escape, Paralyze, Nimbleness, Null Magicka, Dispel Magic, Open, Org Strength, Fortify Attribute Strength, Paralyzes, Quiet Undead, Press Fire Undead, Recall, Teleport, okay, Resist Gold, Elemental Resistance, Frost, Resist Fire, Resist Poison, Resist Shock, Shadow Form, Childly Gloss Mirror, Shield, Rock, Silence, Sleep, Slow Falling, Soul Trap, Spell Observation, Spell Drain, Spell Reflection, Spell Resistance, Spell Shield, Sphere of Negati, Spider Touch, Stamina, Strength Leech, Tame, Tanks, Toxic Cloud, Trolls Blood, Vampiric Touch, Water Breathing, Water Walking, Wildfire, Wisdom, Wizard Lock, Wizard Rant, ja, was hat der? Buy Magic Items? So, was haben wir hier? Schade. Was können wir bei denen? Deidra Summoning, also Deidra Beschwören. Identify. Was macht der? Nix. Und der? Teleportation. Sonst gibt es hier auch nichts. So, und hier nochmal rein. You need to be a member of sufficient rank to assist this. Ah, okay. Das ist dessen große Bibliothek. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir die restliche Zeit hier vertrödeln können. Wir müssen das irgendwie vertrödeln. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao! Ich bin's, euer Max Deus. Und dann nicht wieder um, ja. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ein paar Mal, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's.iser. Ja, jetzt bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020